Du hast Probleme damit, gute Texte für deine Videos zu schreiben? Bessere Texte für deine Videos zu schreiben ist wichtig, aber nicht immer einfach. Die meisten Menschen wissen zwar, was sie sagen wollen, aber sie können nicht gut formulieren. Ich zeige dir in diesem Video, wie du die Texte für deine Videos schneller und einfacher vorbereiten kannst mit einem Tool, das mit KI arbeitet, künstlicher Intelligenz. Ich bereite damit meine Videos schon seit mehreren Wochen vor und ich bin einfach begeistert, was dieses Tool alles kann und wie es mir auch bei der Erstellung meiner Videos hilft. Ich bin Sabine Schmelzer und wenn du mehr solcher Videotipps haben möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, gute Texte für ihre Videos zu schreiben. Denn du musst dir ja nicht nur überlegen, was du sagen willst, sondern auch, wie du es am besten formulierst. Denn gute Formulierungen wirken einfach professioneller. Und mit diesem KI-Tool geht das einfach so viel schneller. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass dir das Tool 100% deiner Texte entwirft, aber du kommst viel schneller auf gute Ideen damit und bekommst neue Impulse, was du anders formulieren kannst. Und ich möchte dir das in einer Demo auch zeigen, welche Möglichkeiten dieses Tool dir bietet und wie du das ganz genau für deine Videos auf YouTube einsetzen kannst. CopyCopGrid hilft dir nämlich, gute Texte für deine Videos zu schreiben und das in kürzester Zeit. Es ist ein Tool, das mit künstlicher Intelligenz beeindruckend schnell kreative Texte für deine Videos erstellt. Und das geht für ganz viele verschiedene Bereiche, zum Beispiel auch für Mailings, für Landingpages, für YouTube, aber auch für jede andere Art von Marketingtexten oder auch zum Beispiel für ein E-Book. Und genau das möchte ich dir jetzt demonstrieren. So sieht die Webseite von CopyCockpit aus und ich poste dir einen Affiliate-Link unten in der Beschreibung. Und du siehst, das ist für Marketingtexte gemacht, jeder Art Blogartikel, Landingpages, E-Mail-Marketing, Facebook-Anzeigen, Google-Anzeigen und noch vieles mehr. Du kannst dir erst mal für einen Monat einen Account anlegen. Damit hast du 20.000 Wörter, die du produzieren kannst. Und ich kann dir sagen, das reicht am Anfang vollkommen aus. Und ich möchte dir jetzt zeigen, wie das User Interface von CopyCockpit aussieht, wie du da am besten vorgehen kannst. Wenn du damit startest, empfehle ich dir unbedingt auch diese Trainingsvideos anzuschauen, denn damit lernst du wirklich, wie man CopyCockpit am besten bedient. Aber ich zeige dir jetzt einen Kurzeinstieg, wie CopyCockpit von innen aussieht. Wenn du dich in CopyCockpit angemeldet hast, nachdem du dir einen Account erstellt hast, dann landest du hier auf der Landingpage, wo du übrigens auch nochmal Links zu verschiedenen Anleitungsvideos findest. Aber wir steigen jetzt mal ein in CopyCockpit. Du siehst, ich habe hier schon ganz viele eigene Projekte angelegt. Wo du hingehen solltest, ist hier Vorlagen. Denn hier findest du alle möglichen Vorlagen, die CopyCockpit dir anbietet, zum Erstellen von unterschiedlichen Texten. Hier hast du die Übersicht über alle. Und auf der linken Seite hast du sie nochmal geordnet nach Themenbereichen, wie zum Beispiel Allgemeines, wo es um die AIDA-Formel geht oder um Content verbessern. Oder einfach Marketinggrundlagen, mit denen du dir deine Nischenformel erstellen kannst oder andere Dinge. Aber das, was uns heute interessiert, ist dieser Bereich Video Marketing. Und hier kannst du zum einen Themenideen für eigene Videos generieren oder auch den Videoskript Einstieg machen, YouTube Titel generieren lassen oder auch nachher die Beschreibung für deinen YouTube Text. Lass uns mal Themenideen suchen für deine Videos. Und du siehst, hier musst du nur eine kurze Beschreibung eingeben, um was es in deinem Video gehen soll. Und sagen wir mal, es geht jetzt, wie in diesem Video, um bessere Texte schreiben für Videos. Du kannst ein Zielpublikum eingeben, musst du aber nicht. Ich lasse es jetzt einfach mal weg, damit es schneller geht und lasse hier meine erste Copy, meinen ersten Text erstellen. Und das sind jetzt Themen, die er mir vorschlägt. Und du siehst, der ist sehr lang, der ist auch nicht gut. 11 Tipps, wie sie bessere Videos schreiben. Das ist schon mal gut. Oder hier hatte ich vorher schon mal gesucht, die drei besten Tipps, um bessere Texte für Videos zu schreiben. Wenn dir die ersten drei Ergebnisse nicht gut genug sind, dann klick nochmal einen der Texte an und sag Copy, Variation erstellen. Dann kannst du hier vielleicht noch Änderungen vornehmen oder du sagst einfach nochmal neue Copy erstellen. Dann macht er dir drei weitere Vorschläge. Und du siehst, jetzt hat er das gewandelt in sieben Methoden, um bessere Texte zu schreiben oder wie sie einen erfolgreichen YouTube-Text schreiben, der den Lesern Lust macht, ihre Videos auf YouTube anzusehen. Das ist ein langer Text für einen Titel, aber es ist ein guter Satzbau. Mit dem möchten wir jetzt weitermachen. Deshalb kopiere ich mir das Ganze mal hier einfach in die Zwischenablage. Das geht einfach über das Symbol hier oben. Und jetzt gehen wir mal zurück und er soll uns mal einen Ersteinstieg generieren. Und jetzt nehme ich einfach den Text, den ich eben bekommen habe, den mir das Tool vorgeschlagen hat. Hier gebe ich einfach mal Video ein, weil das ist ein Name, den er benutzt. Für andere Texte macht einen Projektname Sinn. Brauche ich hier an der Stelle nicht. Ich muss auch kein Zielpublikum eingeben oder ich könnte noch bei den Stilen variieren. Das macht bei langen Texten Sinn, aber in meinem Fall nicht. Und jetzt lassen wir uns doch mal einen Einstiegstext vorschlagen. Mal sehen, was Copy Cockpit uns dabei generiert. Ja, und hier siehst du die Textvorschläge, die Copy Cockpit gebracht hat. Und ich muss sagen, dieser erste, der sieht für mich schon sehr gut aus, ist vielleicht ein bisschen lang. Wenn du nicht alles sehen kannst, klick einfach mal drauf, dann siehst du auch den Rest. Damit könnte ich schon etwas anfangen und das für meinen Text verwenden. Und auch hier wieder die Empfehlung, lass dir gerne noch mal drei weitere Texte vorschlagen, weil das Tool ist sehr kreativ und bringt dir dann einfach Variationen davon. Ja, und hier sind die neuen Variationen, die Copy Cockpit erstellt hat. Und ich muss sagen, der erste sieht für mich auch ganz gut aus. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel aus den vorgeschlagenen Unterpunkten weitere Abschnitte für mein Video machen und damit weiterarbeiten. Und das ist das Tolle. Mit den Ergebnissen, die mir Copy Cockpit gibt, kann ich weitere neue Ergebnisse generieren lassen und dann hier in dem Bereich Vorlagen mir vielleicht auch einen Titel dazu erstellen lassen oder eine YouTube Beschreibung. Und jetzt schauen wir noch mal, was für einen Titel uns Copy Cockpit für unser YouTube Video vorschlagen würde und gehen in die Titel rein. Auch hier müssen wir einen Produkt oder Projektnamen vergeben und in die Beschreibung kommt wieder der Text rein. Und jetzt braucht es hier noch ein Keyword für YouTube, damit das im Titel integriert wird. Bessere Texte schreiben. Das war das, was ich drin haben wollte. Und jetzt lassen wir Copy Cockpit einfach mal arbeiten. Das passt mir noch nicht. Es kann manchmal fortkommen, dass leere Felder dabei sind oder dass Dinge dabei sind, die nicht so gut funktionieren. 10 Tipps, um bessere Texte für Videos zu schreiben. Zum Beispiel. Daraus kann ich natürlich auch 5 Tipps machen oder 3 Tipps machen. Und wenn es dir nicht gefällt, dann mach einfach noch mal eine Variation davon. 7 Tipps für besseren Content oder Anleitung. Bessere Texte schreiben für Videos ist auch kurz und knackig. Auch das könnte ein guter Videotitel sein. So kann dir Copy Cockpit helfen, bessere Texte für deine Videos zu schreiben, weil du auf mehr Ideen kommst, weil es dir mehr Input gibt und du nicht vor einem leeren Blatt sitzt und dir überlegen musst, wie formuliere ich das Ganze jetzt. Probier es aus, teste es für dich. Ich werde in Zukunft auch noch mehr Videos machen zu Copy Cockpit, wie es dir noch helfen kann. Und wenn du dazu Fragen hast, poste es einfach in die Kommentare. Und wenn du mehr solcher Tipps haben möchtest, abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, eure Sabine. Tschüss.